folge nummer 30 9 31 von oxygen not included und verhungern 2 gerade wir sind am essen machen hier haben gelben alarm ausgelöst dafür hier wird hoffentlich mal geerntet weil das ist immer noch da holz zack auf 9 damit damit es geerntet wird da oben sind wir bei 90 prozent 90 prozent 82 91 waren noch weiter höher welche ja aber die sind nicht gut da sind wir noch dran da wird jetzt endlich geerntet der ist gleich fertig verhungern jetzt 4 das ist nicht gut 83 mann 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 94 99 prio 9 essen wird gemacht wir verhungern 3 ich hoffe immer dass die die am längsten schon dabei sind als erstes bekommen so holt euch was da ist was zwei hier unten bitte verhungern 2 da oben ist ein matschriegel verhungern einer verhungern 2 ok wächst 95 87 86 86 86 94 95 kommt jungs und mädels verhungern 2 ist hier irgendwas fertig hier muss licht an da ist es auch wieder hier muss die prio höher damit das licht hier an bleibt machen wir nur noch einer hier wird geliefert 77 prozent wird auch noch gemacht 96 96 96 88 97 97 ist das denn auf 9 ja sind die alle auf 9 ja ok haben wir da noch was zu essen nein da muss einer wieder was machen ja aber es gibt keine luft hier mehr sieht sie mit sauerstoff aus eigentlich nur gut außer in dieser etage und das liegt daran dass da natürlich der ofen steht der batterie ist gerade war voll also die pumpe ausmachung hat es gebracht und den kühlschrank und so da kommt der nächste matschriegel raus verhungern ist jetzt gerade weg wir sammeln 2450 ok ich glaube die krise haben wir überstanden ich glaube wir müssen hier damit die produktion hier besser läuft für diese hier muss da das licht der strom an das hängt da alles dran naja ich verstehe auch nicht dass es hier nicht weiter geht jetzt geht da erst wieder gas an ok hier fehlt noch ein zugang vom wasser oder und sollten wir das priorisieren sauerstoff wo geht denn der sauerstoff dann hin er kommt auch noch hier oben und geht dann da raus diese sauerstoff der macht da oben ja das ok da geht es aber noch hier wird gerade geerntet ja hier ist es zu warm aber 30 9 31 ist immer noch zu warm unsere kühlanlage ist auch noch nicht fertig was fehlt jetzt bin ich ressourcen hier wird aber auch schon gekocht das ist ja auch krass 1050 immer zu essen jetzt mal kupfererz wir machen handbetriebe weil das hier nicht will hauksangsrohr ist voll ja weil der auch voll ist hier nimmt keiner was raus das ist vielleicht ein problem rohr blockiert flüssigkeits-ovalet das ist das ausgangsrohr geht da rein und da raus ok eingang ausgang und die farben brauchen hier kein wasser so sieht es aus müssen das ding mal der toilette anschließen glaube rohrleitung eine brücke erst machen ausgangsrohr das heißt um 180 grad drehen so und dann die rohrleitung hier ist der eingang was ist das achso zwei toiletten da aneinander angeschlossen eingang gebäude ausgangsrohr ja das muss ja dann so richtig sein oder ja unser system hier das wird auch noch fertig werden aber zurzeit dauert es noch ne radiatorrohrer sind hier mangelware wohl nahrung ist wieder bei null gelbe alarm ist noch an ist auch besser so müssen erst noch nahrung weiter voran bringen körpertemperatur da ist jetzt hier auch zu warm oder was okay da geht es noch wie weit sind die 86 89 94 88 das essen das essen ist knapp er ist aber hier schön am brutzeln was brutzelt er eigentlich die rotierten matschregel ok einer ist schon wieder am verhungern aber es gibt was zu essen matschregel müssen noch gemacht werden das ist zu wenig hier körpertemperatur wachstum gestoppt 10 bis 30 grad warum es hier 30,5 die hütte ist zu warm wir müssen die kälte runter holen und das gestaltet sich gerade schwierig weil wir keine rohstoffe haben geliefert super null kalorien keiner verhungert alles ist gut aber es wird hier mal schlechter es wird zu warm hier wird jetzt wenigstens schon mal die lohrleitung weiter gebaut ich hoffe das kriegen wir dann fertig und ich hoffe das funktioniert dann wieder dass wir hier weiter kommen zurzeit ist handarbeit angesagt ich weiß nicht ob wir das priorisieren sollten weil es wird ja sowieso gemacht ne so die nacht kommt null kalorien keiner kilokalorien heißt es keiner ist am verhoren das ist schon mal gut forschung ist jetzt erstmal nicht wichtig 82 83 hier ist unsere hauptabteilung und hier vorne ist es noch zu warm pusten da gerade auch warme luft rein ne puh das hier ist immer noch nicht fertig matchregel werden immer noch produziert 800 haben wir keiner ist am verhungern hier wächst es hoffentlich noch was wollten wir hier raus lassen das funktioniert wohl nicht sollten wir vielleicht was anderes reinbringen schlechte luft ist überall 1600 kalorien hat die nachtschicht durchgezogen oder okay hier geht ein punkt wen haben wir da ja ich denke mal pflanzenpflege ist dann schon sehr sinnig oder machen wir mal hat er denn da ist schon der dritte ne ja verbesserte bau passt schon gut hier wird tatsächlich geerntet und das bringt ziemlich viel essen 3 8 4 4 das war eine ganz wichtige pflanze die wir da haben hier ist auch noch was zu essen ist auch schon auf 9 hier diese ganze abteilung geht schief keine flüssigkeitsausgang kein automationskabel verbunden ja ja klar wie weit sind wir denn hier sieht nicht so aus als ob das fertig wird aber rohstoffe sind dafür da wird auch gerade vielleicht geliefert sieht gut aus oder es ist zu warm hier nahrungsmangel aber wir haben 5000 kalorien wow das wird hier produziert ne wie sieht es denn jetzt mit sauerstoff zurzeit aus die pumpe muss das hier hoch bringen das heißt zurzeit brauchen wir die wieder weil der sauerstoff nicht nach oben kommt das ist hier super schade ne das ist zu warm das wasser da brauchen wir gar nicht anfangen mit zurzeit kriegen wir das abgekühlt das ist die frage aber hier oben wird gebaut und dem ist schon schlecht hier dem ist mittelvergiftung 1,6 zyklen da kommen wir mit klar denke ich hier fehlt es an kupfer aber da war es jetzt oder was da ist krank da ist krank jetzt fehlt wieder material aber es ist wieder ein stück fertig ok die pumpe ist fertig die anschlüsse kommen irgendwann flammen bei 4534 er ist wunderbar am kochen macht der frattierten matsch jetzt ist die frage ob wir das mal ausmachen die batterie ist bald leer weil die luftpumpe anlässt ne ist der hammer oder gelben alarm weg und auf 9 gehen machen wir erstmal obwohl wir jetzt gerade wieder nur 1,6 haben hier wird das wasserrohr jetzt frei ich hoffe dann ist das mit dem rohr blockiert gleich weg diese ecke fehlt jetzt natürlich noch ne matschregel gegessen 1080 kalorien kilokalorien das macht keiner im matschregel dann ne da ist jemand doch es geht weiter 3450 haben wir gerade hier wird geerntet das ist gut ja das passt schon ok den gelben alarm rauszunehmen war schon ok es ist gerade ein bisschen schwierig hier gibt es kein material hier unten ist es an der toilette fertig nein ich ziehe mal da die prio gerade an damit das fertig wird und gucken dass das wasser dann läuft so und jetzt läuft das wasser hier sieht gut aus und dann ist das rohr auch nicht mehr blockiert brauchen halt abnehmer ne hier unten wird wieder geerntet das ist gut 1000 haben wir nur ich gehe mal hier auf 8 runter die pflanzen die kriegen wir nicht mehr hin das ist einfach zu warm das ist alles egal hier wird es glaube ich auch ziemlich viel hier unten läuft es natürlich auch nicht ne ist klar überall wird was gebaut da gibt es was zu essen ausgangsrohr ist voll hier unten wird ordentlich geerntet 3.600 essen ich glaube wir müssen das hier irgendwie umstrecken ne das funktioniert hier noch nicht so ganz das Wasser muss anders daraus nicht ins leitungssystem sondern irgendwie in der Auffangbecken erst rein so da unten ist fertig hier oben ist schon durch wo sind wir schwach besetzt Mechatroniker hier oder Meisterwerk Meisterwerk ist jetzt nicht so wild ich glaube wir gehen in Richtung Mechatroniker allerdings sind da schon verbessert Tragfähigkeit kann jeder haben das bedeutet auch diese Person kann das mal gerade kriegen oder läuft 4.800 zu essen ist auch gut Krise überstanden erstmal so so hier wird einfach nur Sauerstoff gemacht oder was? Oh, es ist blockiert, wow! Overlay angucken Sauerstoff hier unten ist ja erstmal schon mal vorhanden geht hier auch ein bisschen hoch das ist auch gut hier ist schon wieder Wasserbehälter verhungern wer verhungert denn hier bei 7.2 und ach so weil du auf Toilette sitzt, ne? Hammer, oder? Hat man den Kompost nicht umgesetzt? Irgendwo anders hingebaut? weiß ich auch nicht mehr oh, da kommt irgendeine schicke Geschichte hier gucken wir uns doch mal an Hilfspaket Sohle, Salzwasser, hm wir haben zwei Tonnen oder ein Drecklet der braucht Chlorgas, ne? das haben wir doch gar nicht, oder? zack, dann nehmen wir die Sohle Ja, machen wir so Ja, machen wir so und das andere wäre jetzt nicht so der Händ würde ich sagen So, hier wird auf jeden Fall Essen gemacht das ist jetzt mal nicht am Leerlaufen So, wir kriegen jetzt ein klein bisschen Ruhe vielleicht rein, ne? die Sohle steht da auf jeden Fall hier oben werden die Pflanzen gepflegt, aber grüner Daumen, plus eins, ja wir sind hier noch nicht weiter mit dem Metall das haben wir aber schon angestoßen das blockierte Rohr, das macht uns noch Sorgen Sollte man das Wasser hier reinleiten? Oder dann doch da reinleiten? Ah, wir kommen hier oben nicht voran Die Kälte kriegen wir nicht runter Wie hoch ist denn der angesetzt? Muss er höher? Der ist sogar auf 9 Komm, damit es voran geht So, jetzt wird erstmal geschlafen Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sitzplätze zum Essen Aber wir haben 14 Leute Wo sind die anderen? Haben wir keine anderen Sitzplätze mehr? Sollten wir mal gucken, dass wir da noch was machen, ne? Haben wir denn 14 Betten? Elf Äh, ich hab nur 11 Betten gezählt Aber nur da und da Elf, zwölf Teilen sich da welche? Ein Bett, weil Nachtschichtler sind? Ich glaub schon, oder? Aber wär ja jetzt auch kein Problem, da nur eins hinzustellen, ne? Und dann Kantinentisch Kantinentisch Tja Ist grad irgendwie so Fraglich wo du hinstellst, ne? Ich glaub da haben wir 14, ne? Ne, 9, ne? Plus 3 sind 12, das bedeutet nochmal 2 Passt schon So, hier wird Tengens gemacht Gedüngt Pflanzen, die keinen Dünger brauchen Schade, ne? Ja, das läuft nicht so gut, würde ich sagen Hier gibt's schon wieder einen Punkt Unser Koch Der macht noch gerne Viehzucht, dann soll er die auch kriegen, oder? Ja Sind wir damit auch durch Gut, aber ich würd sagen, wir machen erst hier wieder eine Pause Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch Und wenn ihr die Glocke euch anmacht, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade Kommentare, herzlich willkommen Schreibt rein, wie ihr den Stress hier so verarbeitet Und ja, dann teilt das Video auf anderen Kanälen, damit die Leute sehen, wie chaotisch das hier läuft Alles klar, würde ich erstmal sagen Wir sehen uns, bis dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss